Ich habe jetzt kurz nochmal mit Daniel geredet. Also Kamera und so ist alles safe. Hör zu, ich mache das Ding mit dir oder auch ohne dich. Ich mache es alleine. Ja, dann mache es alleine. Ich habe sowieso keinen Bock mehr drauf. Verpisst mich doch, Alter. Wurde ich von deiner Familie sowieso nicht akzeptiert. Es geht nicht nur um das, was sie sagen. Ich will dich einfach nicht mit irgendeiner fremden Frau im Video sehen. Fertig. Asima, vergiss es. Ich werde das Projekt zu Ende bringen. Mit dir oder ohne dich.